So, moin Leute, bei meinem ersten Video, ähm, ich verneu an mit YouTube und ich hoffe, ich gefällt euch, ich gefällt euch, und ja, ich stelle mich ein bisschen vor, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie natürlich gerne stellen. Also, wir sehen uns in den Kommentaren, ich versuche auch auf die ersten Kommentare zu antworten, aber wenn es nachher zu viele werden, lasse ich es. Also, wir spielen hier gerade im Hintergrund die Tall-Abi. Da kann man halt eben entweder, wenn man hier drauf drückt, aber wenn man bei jemandem steht, wenn man E drückt, also ein Menü öffnen, wo man dann halt Sachen anklicken kann, die dann in den Spielen passieren sollen. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber ich mache halt jetzt ein Video darüber. Oder ein einziger Grund. Ja. Ich bin auch auf Twitch, da habe ich sie auch so ähnlich. Ihr könnt eigentlich auch meinen YouTube-Namen auf Twitch eingeben, da solltet ihr mich eigentlich finden. Wenn nicht, sagt mir Bescheid, dann werde ich einen Link rausschicken, wo das dann drinsteht, wo ihr dann zu meinem Twitch-Kanal kommt. Discord habe ich auch, falls ihr wollt. Ihr müsst aber halt nicht irgendwie damit zugucken oder so. Ihr müsst auch nicht irgendwie abonnieren oder so. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert oder haltet ihr mir das Video bleibt. Ich mache das einfach nur für Spaß. Das Video. Ja, ich mache jetzt nicht irgendwie wirklich, um irgendwie Geld zu verdienen. Aber nur für Spaß, weil ich Bock habe. Ja. Kann ich jetzt mal bei Ihnen ein Beispiel zeigen, was ich meine mitrollen. Und zwar kann ich jetzt hier, wenn alles, was sie zuerst gemacht hat, halt abgespielt. Und wenn sie jetzt natürlich dann Glück haben und sie dann runterfällt, ja, dann ist das echt gut für mich. Und das geht auch, wenn man in den Kart ist und das dann aktiviert wird, dann fährt man automatisch einfach nur rückwärts die ganze Zeit, weil man ja mit den Karten auch vorwärts fährt halt. Ja. Man kriegt auch, was man hier sehen kann. In ungefähr sechs Minuten habe ich bei mir noch. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Zeit am Anfang war, aber bei mir gerade in sechs Minuten hat man halt eine bestimmte Anzahl an Trolls. Das sind halt einfach die Punkte, wie man die Leute an Trollen kann. Ich mache nicht in Europas Videos oder sowas. Ich mache auch Fortnite und Minecraft Videos. Und auch noch andere Spiele, wenn ihr wollt. Ist mir egal. Aber es wird auf jeden Fall immer abwechslungsreich. Ich würde jetzt nicht jeden Tag dasselbe spielen. Ist aber klar. Es gibt noch einen Kollegen von mir, der hat schon Lights und auch ein paar Abos, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele. Das ist... Warte, ich kann euch hier einmal kurz zeigen. Das sieht sie nicht. Warte. Warte. Okay, ich war kurz weg. Er heißt Markus Gaming. Ähm, ja ähnlich wie ich, weil wir halt uns kennen und wir wollten beide YouTube machen. Auf denen haben wir uns ähnliche Namen gemacht. Und das ist sicher nicht Gaming heißt, sondern einfach Markus Winkler. Also Markus Winkler. Markus ist ja mein Kollege. Okay. Wenn ihr es wollt, mache ich auch mit Facecam. Und ich habe die ersten Videos noch nicht. Und ja, es ist für morgen geplant. Ein Robots Video wieder. Was wir spielen oder was ich spiele, weiß ich noch nicht. Müssen wir noch gucken. Okay, da werde ich aber auf jeden Fall auch wahrscheinlich bei Markus oder halt eben auch noch ein Kollege von mir. Hätte mehr. Mal gucken halt. Mal gucken halt. Ich weiß gerade nicht, wie der Account heißt. Es ist hauptsache, dass mich irgendwer die Bürste hat, weil ich hier oben festhang. Weil. 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 Okay, ich hoffe, ich gefahr euch. Wir spielen wir erstmal noch. Ähm. Ist er explodiert oder bin ich explodiert? Ich habe keine Ahnung. Das passiert auch, wenn man jetzt explodiert macht. dass dann halt eben leute die in der nähe sind mit explodieren und halb weggeschleudert werden sehen was ich war da unten gesehen da worden war gespawnt ja Da hinten ist der Teil, der am linksten dauert. Hallo? Fahr? Ja, da auch. Ja. Ich hatte auch schon mal ein Video. Aber das Wort konnte nicht hochgeladen werden, weil es zu lang war, leider. Also, auf Twitch bin ich schon ein bisschen unzervidiert gewesen. Aber deswegen hätte ich immer auch mit YouTube angefangen. Ich kenne halt nur noch keiner. Deswegen, das will ich gerne ändern. Was ist das? Ich brauche nur eine Trollweite. Ich brauche nur eine Trollweite. Ich brauche... Keine Ahnung, was das war. Ich brauche nur eine Trollweite. Ich brauche nur eine Trollweite. Habt ihr noch nie gesehen? Ah. Ich bin auch ein Heimatschwein. Ich hab ja genug. Ja, er ist runtergefallen. Ja. Hier ist er. Nein. Schaut mich nicht bewegen, außer springen. Ey, ich bin zu stark. Das war halt an denen ich das gemacht hab, glaub ich sogar. Ja, das war denen, an denen ich das gemacht hab. Das ist Revanche. Äh, okay. Was hat er denn... ...einen Onkel mit seinen Tarts? Ja! Ich hab nicht mal was gemacht, er ist runtergefallen. Und ich bin der schnellste Mann alive. Okay, es ist so... Äh... Ich hab keine Ahnung, das Video... Ich hab auch schon versucht, ein Video aufzuleben heute. Aber das Videoprogramm hat die ganze Zeit Fehler gehabt, so wie jetzt auch wieder. Der Abzug ist einfach aus das Video. Ich hab keine Ahnung warum. Ich hoffe, es ist in den nächsten Tagen verrufen mal, mit Update oder so, oder ich muss gucken, worum es nicht geht. Ey, wie soll ich dann ins Video für euch aufnehmen? Was ich auch machen werde, für die Leute, die keinen Twitch haben, ich würde auch parallel auf YouTube streamen. Weil dann ist das direkt als YouTube-Video da. Und für die Leute, die keinen Twitch haben, kannst du gucken. Und halt auch für die Leute, die ja über Twitch gucken wollen, kannst du auch so machen. Ich hab ein bisschen da, wann kann man irgendwie schleudigen? Ja, man kann bloß schleudigen. Ich weiß nicht, ob man dann rausfällt. Ich mach mal lieber nur einmal, dass es nur ein bisschen schneller ist. Oh, das dauert so lange. Nein, ich bin runtergefallen. Nämlich, ich bin einmal getroffen, dann würde ich die Kampel aufpassen. Ich bin jetzt so fast, wo sie beißten sind. So, ist es so gefriest? Das kann ich eh nicht machen. Nein, ich will auch noch mal zum Ende kommen, das Video war ans Ende geht. Und zur Not muss ich einfach das Video am Vorher stoppen. Was macht der da? Nein, ich kann es auch wirklich nicht mehr umsammeln. Weißt du nicht, wie alt es bei euch ist, wenn das Video hochkommt, aber ich nehme es gerade um 17.32 Uhr auf. Naja, ich muss eigentlich nur noch hochkommen, damit das Video zu Ende wird. Ich dachte, ob wir sie dessen schnell waren Dieben. Dachten sie, die können nicht rausfliegen, oder was? Wenn ja, haben die es falsch gedacht. Ich weiß, wie wir irgendein Spiel wollen, was wir zusammen spielen wollen, oder was ich mal spielen soll, könnten wir es auch gerne schreiben. Ich bin ganz offen zu fragen, versuche auf jeden Fall, solange ich noch nicht zu viele Nachrichten werde, also nicht zu berühmt bin, oder sowas, auch alles so beantworten. Oh, hier gibt es auch noch was, wenn man hier drauf drückt. Gut, hier kann man dann wieder zu den normalen wechseln. Okay, dann gucke ich mal, was es hier alles gibt. Ach, okay. Hustet aber halt alles, Robert, und ja. Aber wir sterben die ganze Zeit, ich will nicht mehr, ich bin auch nur nach da oben. Mann. Äh, was habe ich denn da gemacht? Ihr habt ja noch hochgerustet. Und zwar so ¡ich Blocks! wie sind wir runtergefallen ich habe nicht hingeguckt egal dass das ist wie um möglich das zu machen ich meine ich habe zwar gemacht schon mal aber dann als ich das gemacht habe da habe ich auch nur glücklich dass mich mal fliegen lassen habt und ich darf sich darum darin gelandet werden es bringt nichts über das video ist auf jeden fall beenden ich hoffe es hat das gefallen wenn ihr wollt auch gerne abo oder like da lassen ist aber wüsste nicht ist keine pflicht und ja